hallo liebe community ich bin es euer Julian Rieser ich möchte mich schon bei euch bedanken schon für 960 Aufrufe und es freut mich dass meine OMSI 2 Let's Plays euch so gut gefallen ich mache es so ich bleibe auch dabei ich zeige euch jede OMSI Karte wo ich habe und wenn ihr wollt dann zeige ich euch ein neues Projekt und ihr könnt meine Videos gerne teilen auf jedem Social Media Netzwerk außer auf YouTube und auf Twitch weil das ist verboten sowas macht da macht man auch nicht und ich mache heute kein Let's Play weil heute ja Silvester ist aber ich wünsche euch euch allen und euren Familien ein frohes neues Jahr 2021 hoffentlich wird es besser als dieses Jahr 2020 und ja freut euch auf die nächsten OMSI 2 Let's Plays mal schauen auf welchen Karten ich als nächstes fahre mit mit welchem Bus wenn ihr gerne wünsche habt schreibt das bitte gerne unter dieses Video in die Kommentare dass ich sie euch erfüllen kann und aber ich tue eure Namen dann nicht sagen von wem der Wunsch ist wegen dem Datenschutz wenn ihr das nicht möchtet und ja dann verabschiede ich mich wünsche euch auch noch einen schönen schönen Abend eine frohe Silvesternacht und wir sehen uns dann im nächsten Video und vergesst nicht immer im 10 Abonnenten Takt mache ich einen neuen Livestream da seid ihr alle herzlich eingeladen also ich habe gerade ich möchte mir auch bedanken bei euch für schon 24 Abonnenten vielen herzlichen Dank seid echt die beste Community und ja ich verabschiede mich wünsche euch allen noch was und wir sehen uns dann im nächsten Video macht's gut tschüss